aber warte hier ist irgendwo auch ein geheimnis also geheimnis hat so eine truhe aber wofür gibt es sonst einen langen weg hier guck sei doch und erfahrungspunkte das nenne ich mal hauptgewinnen einmal ich habe ich habe heilung verloren wird ich will gegenstand zu hau es gibt nur noch vier kisten ich habe gegenstand auch schon da fast voll weil ich mich verarschen nur heilung habe ich fast fast noch gar nichts der geile ding er fasst gar nichts also auch fast voll aber am wenig ich habe noch keine truhe der letzten stufe na super ich fuhre da mein arsch aber so hollo warte 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 ich wenn ich heilung bekomme dann fast doch die sie ne ok ich bekomme auch so heilung wenn ich ein paar verkloppt die mail aufgefallen wird so hierbei nicht versuchen ob ich hier unten irgendwo was ein geheimnis ist weil hier kocht ist also hier kann gar nichts sein ich würde trotzdem gern versuchen leck mich leck mich ne ist nichts ok ja ich bin mir bei dem game nie sicher vor allem nicht dann beim ersten dingen habe ich es echt gedacht ich gehe hier drauf drunter geheimnis und hier dinge erfahrungspunkte was für sich nicht alles deswegen will ich es einfach hier immer so machen aber gut so bevor es dieser endgegner fight kommt kann ich noch mal speichern weil dann will ich dann im nächsten part machen wer nett weil ich nicht das selber rind seine größe ehrt die mächtigen götter für die die für die es erbaut wurde seine tödlichen fallen erinnern an die sterblichen die es erbaut haben geil geil mächte für götter sterbliche die fallen für die sterblichen und nein es gibt hier kein speierpunkt mehr na super gut auf jeder ein fall der nächste ja hallo 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 leh oh mein gott ok so ich würde sagen ins gesicht aber auch bei er aber bei er kollegen schreckt mich vorzuschrecken hier ja ja ich glaube eher nicht kollegen ich glaube da kollege was ich nicht so und ja schwachstellen und scheiß wie man die lege am besten ist eigentlich schon klar und zwar hier seitlich genau ihre beine wo man legen jetzt kommt schon jawohl ja 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 ich will zuerst seine füße erledigen weil da wusste ich ja auch so kann man ja du sauf jetzt jawohl jawohl ja 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 scheiß drauf komm kathos dann steckst du weg easy going jawohl oh liegst du flach und bist so eklig bist so eklig ey wo bin ich wow oh tiens ich hatte mich gedugt nicht gedugt ich bin weg gegangen würde ich sagen ja 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 Eure Göttin, eure Mutter, was auch immer. Du musst ein bisschen erholen, was? Ja, ja. Spuck dich so herum, du scheiß Hoh. Wow. Achtung. Ja, heul. Du bist so wie ein Baby auf den Boden klopft, was? Ja, ist klar. Ja, feige Sau, feige Sau, feige Sau. Dass ich genau weiß. Oh, mein zweiter, mein, 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 mein fünfter Fuß ist auch schon bei dem Arsch. Ich muss mir immer ein bisschen pissen. Es war gar nicht schlecht, dass hier immer so viele Feinde kommen, weil ich kann mir gut erholen. Fällt mir gerade auf. Ja, komm. Was willst du denn, hm? So, tschüss. Letzter Fuß ist auch bald down. Beide mal. Na, komm. Gut, mutt, 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 mutt. Ja, gut. Nein, hau ab. So, jetzt. Komm, Carlos, bewegt dich. Zack, 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 zack. Ja, ich bin bei der Hinten, du triffst mich von hier nicht, also. Vielleicht mit deinem Start, aber das war es auch schon. Jetzt, komm schon. Jawohl. Oh, haben wir verkackt. Ins Gesicht gibt's. Ins Gesicht. Bäm, oh, das tat weh. Das tat weh. Zack. Okay, so, jetzt hier, aufpassen wir da. Upsi, und, äh, upsi, und, äh. Alter, du scheiße. Du. Oha, ich bin fast tot. 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 Ich hab noch einen kleinen Strich. Das gefällt mir mal gar nicht. Okay, ich hoffe, ich muss jetzt nichts mehr machen, oder? Ne, das sieht gut aus. Zack. Oh. Oha, das war's. Komplett selber gestochen und Eis und jetzt gibt's noch so ins Gesicht. Bäm. 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 Jawoll, ey. Und komplette Energie wird auch. Schön. So. Und. Den Stachelbau hier. Also, nicht den Stachelbau persönlich, aber ein Stachelbau, ja, was, genau. Zack. Puh. Genau, dat Ding, was ja auch Daedalus hier irgendwo mal geschrieben hat. Ja, dat Ding ist hier ist wichtig, das ist eismäßig und was weiß ich. Boreas Eissturm. Dieses Juwel birgt den eisigen Atem des Nordwinders. Aha. Du hast Boreas Eissturm gefunden. Er ist der Schlüssel zum Rätsel des Labyrinths. Ne, ich weiß. So. Bäm. Jetzt kommen wir hier weiter. Puh, okay. So, nächster Endgegner ist auch besiegt. So. Und der Hepper. Ist hier irgendwo was? Ne. Ne. War hier was? Kann ich runterfliegen? Ne. Aber hier ist doch sicher was gewesen, oder? Kann mir keiner erzählen. Jawohl, guck. Wusste ich's doch. Ich dachte eigentlich, dass das hier ein Gorgon-Auge für gesungen hat, aber egal. Dann halt nicht. Ja, und jetzt fühlt sich das Labyrinth, äh, ja. Ja, das Labyrinth ganz langsam wieder von selbst zusammen. Bisschen klettern müssen wir, aber sozusagen ein Rätsel ist jetzt um Glück keines, weil das wäre echt ein verdammt großes Rätsel. So, aber wie war denn jetzt hier? Genau hier. Einmal ein Jepa und ein Jepa und ein Jepa und ein Jepa, ooooh, jepa, 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 jepa. Natürlich, der ist jetzt scheiße, ich fick dich. Ja, ist klar. Nein, nicht du, du. Na super. Fuck my life. Nein, 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 nicht versteinern, nicht versteinern, nicht versteinern. Nicht versteinern und geht auf mich los. Lass den Schein, den Ruf. Verpiss dich. Geht auf mich los, geht auf mich los, geht auf mich los, geht auf mich los, geht auf mich los. Ja, wir auf. Jawoll. Fick, Fick, komm schon. Ah, hier. Äh. So, immer schon alles mich los, auf mich, auf mich, auf mich. Immer schön, äh, die, was würde ich sagen? Auf, wenn es geht auf mich ziehen, so rum. Aber schon. Ja, mir egal, komm. Jawoll. Fick ihn, Fick ihn, Fick ihn. So, einmal ein Bam. Und einmal genickt hoch und das war's. Alle betäubt. Oh ja. Zack. Äh, betäubt, versteinern wir nicht. Der Stier ist auch da und wenn er dabei hat, du könntest auch mal drauf gehen, danke. So. Oha, die haben kein einziges Mal geschlagen. Auch nicht schlecht. Ich sag doch, mit diesen Hämmern ist es so geil. Einmal Button Smashing und es zieht trotzdem so viel ab, als wäre es ein schwerer Schlag. Obwohl es ein leichter Schlag ist und ein schneller ist. Das ist so traumhaft. Das war eine Lieblingswaffe. So. Bam. Jawohl. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Kreisgelaufen, dann sind wir wieder hier. Genau, wir müssen ja sowieso zu dem Ding hin, weil... Dort war ja was zum Dingsen. Wisst ihr was? Hier ist nix, ne. Weil das haben wir so einen Mechanismus gesehen, der was wir für diese Eiskacke brauchen. Genau. So. Einmal highen, maybe. Jo, bisschen. Gut. Dann würde ich sagen, das war's jetzt, weil ab dem nächsten Spannepunkt höre ich auf. Das ist jetzt. Hier, komplett im Kreisgelaufen. Einmal und, ja. Also. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vega sagt... Tschau.